Hallo zusammen, ich bin euer Alles-Tester. Heut teste ich für euch, wie man kostenlos Google Play Guthaben verdienen kann. Passen Sie auf. Geh ich mal hier rüber. Google Umfrage. Google Umfragen ist so eine App, wo man Umfragen macht und da so wie es 60 oder 15 Cent bekommt. Ich habe jetzt 2,62 Euro. Neue Umfrage. Ok. Wie oft kaufen Sie in Hypermärkten ein Realkaufland Metro und so weiter. So gut wie nie. Weiter. Wie oft kaufen Sie bei großen Online-Händlern ein Amazon Zalando nahezu täglich. Also ich muss euch dazu was sagen. Man muss nicht die richtigen Angaben machen. Man kann auch sich irgendwas ausdenken, das zu euch nicht passt oder so. Zum Beispiel, ich mache Klick das Gegenteil davon an, von was ich mache. Weil sonst kann es sein, dass es einiges über euch weiß und das will ich meistens auch nicht. Wie oft kaufen Sie in kleinen Nachbarschaftsläden ein? Lebensmittelladen um die Ecke oder am Bahnhof, Kiosk, Standstelle, Tante Emma laden? So gut wie nie. Wie oft kaufen Sie in Warenhäuser ein Karstadt, Kaufhof und so weiter. So gut wie nie. Wie oft kaufen Sie Lebensmittel für Ihren Haushalten? So gut wie nie. Geil, ich habe 25 Cent Google Play Guthaben verdient. Ja. Okay. 2,87 Euro. Ich habe sogar die, kann euch die App zeigen. Das ist die App. Die müsst ihr installieren. Die hier. Für das Geld, das ich schon gemacht habe, habe ich mir schon einen Film gekauft. Den kann ich euch zeigen. Die Konuta. Also die 2 Filme habe ich gekauft. Ghostweiter und die Konuta. Ne, die Konuta. Also wenn euch das Video mal wieder gefallen hat, wie immer lasst ein Like da und abonnieren nicht vergessen. Also Ciao. Sieg und die Vince K-Tift und die beiden zusätzlichen